Ich bin Janny und wir sind hier beim Videodreh für Cavio Mic Check. Also ich bin Kevnox, ich bin hier, weil die Typen mich geweckt haben. Ich habe schon gepennt. Also ich bin Mr. Wox. Ich mache Rap hier. Und wir sind hier in Lörrach. Das ist die südlichste Spitze, die es überhaupt in Deutschland gibt. Alter, das ist ja zu krass. Wir sind jetzt einfach in der Schweiz. Mic Check Schweiz. International! International! Ja, ja. Es ist die Reibebude. Es ist Happy Backman. Ja. Okay, ich bin die Zwiebel. Ich bin von Facial Traffic. Man kennt mich vielleicht. Man kennt mich vielleicht auch nicht. Scheißegal. Guten Morgen! Ja, ich bin Damage und wir sind hier am Bayreuther Festspielhaus und ich drehe jetzt meine Cavio Mic Check Folge. Ich grüße meine Mutti, meinen Bruder. Ich grüße den Perstisi auf jeden Fall noch. Sehr herzlich von mir. Und meine ganzen Rap-Kumpanen. Ja, Deutschland wird Europameister. Äh, nö. Eigentlich nicht. Wir sind hier so zwischen Wald und Ruine. Ich liebe alle, die mich mögen. Ganz besonders Pimpf. Und den Kameradamann. Wir sind in der Schweiz. In Weil am Rhein. In Riehen. Riehen? Mhm. In Riehen. Hier habe ich meine Vorrunde gedreht. Hier, hier, hier. Hier hat Mr. Wox seine Vorrunde gedreht. Hat keiner für euch gesehen. Jetzt Riehen. Aber das wäre nicht schlimm, wenn nicht. Wir fahren jetzt nochmal zur gleichen Location. Das war eine sehr schöne Frage, auf jeden Fall. Die hat uns einen Spar gemacht. Okay, was? Ist das jetzt das Brainstorming, oder? Ah, okay. Das Brainstorming. Chat. Was? Ein Begriff nur, oder? Schwul. Äh, nervige Leute. Klasse. Das macht mal Spaß. Connected. Das ist einfach ein Zwang und ne... ja. Ist so. Ähm, wer hat hier die Klicks? Damage. Auch nicht schlecht. Geile Videos. Super Plattform. Schwul. Ich komme jetzt gestern. Und die Gäste, und so wie gesagt, gestern ist es doch unterwegs. Ja, zum Gäste. Meiter. Geiler Typ. Äh. Oh Gott. Fand ich früher mal cool, ehrlich gesagt. Fällt mir nix zu ein. Alt. Alt. Kaufe T-Shirts. September. September. Achter Monat. Im August hab ich Geburtstag. Guck ich grad rein. Geben viel herfee Musikvideos. Digicam. Kamera. Kaufe T-Shirts. Ja, der... Ich hab nur ne Handycam. Machen wir jetzt ein Foto eigentlich? Ne, da läuft ein Video und wir machen lauter Screenshots dann am Ende. Ah, das ist geil, ja. Das ist geil, da können wir was schönes rausfinden. Da hast du so ne Screenshot. Ja. Ähm. Kiko. Hab ich keins. Blink-182. Cool, Savas. Schwul. Da, es kommt ein Zug, ey. Scheiße. Was ist denn das Schleschel? Äh, weiß ich nicht. Äh, das ist scheiß, war ich. Mann, war der zügig. Ding, ding. Ach, du mal live eins? Du hast Biret. Du hast Biret. Du hast Biret. Du hast Biret.